Die kleine Maus, die einen Mann suchte Erinnert ihr euch an die Geschichte von La Rateta, que es com brava la escaleta? Die kleine Maus war so niedlich, dass alle Tiere sie heiraten wollten. Sie selber hatte sich in die Katze verliebt, aber als sie bemerkte, dass die Katze an nichts anderes dachte, als sie zu fressen, bedauerte sie ihre Wahl und beschloss zu fliehen. Nun fühlte sich die kleine Maus sehr alleine und wünschte sich nichts sehnlicher als einen netten Mann. Wenn ich nur tanzen könnte, dann würde ich leichter einen Mann finden, seufzte sie. In diesem Moment kam ein Papagei an ihrem Haus vorbei. Guten Tag, Papagei! Guten Tag, kleine Maus! Sieh an, sieh an! Hast du Lust, tanzen zu lernen? Ich komme gerade vom Karneval aus Rio, wo man sehr gerne tanzt und dort hat man mir gesagt, dass in Tüa, in Katalonien, die Sardana getanzt wird. Oh, vielen Dank! Da gehe ich hin! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Als die kleine Maus in Tüa angekommen war, traf sie ihren Freund, den katalanischen Esel. Guten Tag, Esel! Guten Tag, kleine Maus! Willst du lernen, wie man die Sardana tanzt? Oh ja! Dann mach so wie ich. Einen Schritt vorwärts, einen Schritt zurück. Das ist ja lustig! Die Sardana gefällt mir. Aber um die Sardana zu tanzen, brauchst du Vigatanes. Mein Freund, der Bär aus Saint-Laurent-de-Sardin, wird dir helfen, welche zu finden. Danke, Esel! Auf Wiedersehen! Auf Wiedersehen! Die kleine Maus machte sich auf den Weg zum Bären in Saint-Laurent-de-Sardin. Ich hätte gerne Vigatanes, um die Sardana tanzen zu können, bat sie. Hier haben wir welche, in allen möglichen Farben, brummte der Bär. Die kleine Maus sah sie sich sehr genau an. Es gab gestreifte, einfarbige, mit Stickereien versehene, Vigatanes für kleine Füße, für große Füße. Wie finde ich nun einen Mann, jetzt wo ich die Vigatanes habe? In diesem Augenblick kamen einige Schafe daher. Guten Tag, Schafe! Määh! Määh! Guten Tag, kleine Maus! Um einen Mann zu finden, musst du Parfum auftragen. Passenderweise sind wir auf dem Weg nach Mossee. Komm doch mit uns zum Turm der Aromen. Auf Wiedersehen, Bär! Auf Wiedersehen! Die kleine Maus und die Schafe gingen nach Mossee. Wo befindet sich der Turm der Aromen? fragte die kleine Maus. In dem Dorf, geradeaus und danach links. antworteten er die Schafe. Als die kleine Maus am Turm der Aromen ankam, probierte sie alle Düfte aus. Dieser Duft gefällt mir. Wie finde ich einen Mann, jetzt wo ich so gut rieche? Gehe zum Kanigu. Anlässlich des Johannisfeuers wird ein großes Fest veranstaltet. Dort wirst du einen Mann finden. Auf Wiedersehen! Auf dem Weg zum Kanigu traf die kleine Maus einen Wolf. Guten Tag, Wolf! Guten Tag, kleine Maus! Oh, was für ein schöner, furchterregender Schrei! Mit dir könnte ich mich sicher fühlen, auf einem Spaziergang. Willst du mich heiraten? Auuuuh, antwortete der Wolf. Das hieß, dass er einverstanden war. Während die kleine Maus und der Wolf einen Blumenstrauß zum Johannisfest pflückten, stiessen sie auf ein Kaninchen, das in eine Falle geraten war. Kleines Kaninchen, was ist dir passiert? fragte der Wolf. Ich bin erledigt, sagte das Kaninchen. Der Wolf und die kleine Maus befreiten das Kaninchen und pflegten es gesund. Danke, dass ihr mich gerettet habt. Kann ich im Gegenzug etwas für euch tun? Wir suchen jemanden, der uns vermählen könnte, sagte der Wolf. Ich kann euch vermählen, antwortete das Kaninchen. Kommt, wir gehen nach Colliour. Das ist ein sehr hübsches Fischerdorf. Ihr könnt dort eine Tour mit dem Boot machen. Oh, wie romantisch, sagte sich die kleine Maus. Und so machten sich die drei Freunde auf dem Weg nach Colliour. Ende gut, alles gut. Kommennus Regio 2011-2013 Portet par la Région Autonome de la Vallée d'Ost, Italie Et la Mairie du Vigan, France Projet des Contes dans nos Langues Du Bilinguisme au Plurilinguisme Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank.